Aber mehr auch nicht. Wie hast du dich dabei gefühlt? Das war ziemlich befreiend, weil ich musste echt ringen. Und das kam daher, ich hatte Angst zu fragen, wo die Toilette ist. Und wir hatten gerade Verstecken gespielt. Du bist aber kurz im Garten gegangen. Ja, wir haben halt Verstecken im Garten gespielt. Und ich dachte, so nutze ich doch die Chance, wo ich mich gerade so gut versteckt habe. Und warst du erwischt, als du gerade dein Geschäft verrichtet hast? Nee, ich habe da einen richtig schönen Haufen hingesetzt, mit Blättern abgedeckt und dann mich woanders versteckt. Ja, so entstehen die besten Geschichten. Kucha, magst du hier mit Invaden kommen? Na gerne. Stövinator, ich danke dir für deinen Sub. Es geht raus. Oh, ja jetzt. Flash-Schub wäre schon riskant. Jo, der geht einfach weiter. Den kehrt ja nichts. Ja gut, Lane verloren ist leider wegen ihm. Schade. Quasi eine Falle gelegt. Ja, ich habe ihm eine Falle gelegt. Ich bin nicht dankbar für den Re-Sub. Ja, ich bin nicht dankbar für den Re-Sub. Oh, das hat da nichts verwandelt. Tragisch. Oh, die respektieren unser Level 2 hier aber. Junge, was macht der denn? Jedes Game bist du über deinem Support am Heulen. Oh, ich bin aber eine Maschine. Oh, ich bin so geil. Die Wave steht halt ganz unnötig. Das hier ist hier, ey. Kutscha, wann kommt es so Lockheed? Nee, ich habe zu Dom getradet. Mhm, 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 okay. Boah, schöner Versuch. Ne, grimm ist Bot-Zeit, ne? Oh, das ist natürlich doof. Ich weiß, also war das, oder war das eine Frage? Ne, ne, der ist gerade durch den Mitte runtergerannt. Ja, wir pushen hier gerade rein, ne? Und wir haben keine Summoners mehr. Boah, lecker. Mh, lecker. Ja, immer richtig lecker, wenn die MF-Q bounce. Das ist wirklich... Das ist wirklich sehr lecker. Ja, das ist ein richtig schönes Gefühl. Und dann sieht man den Crit da reinfetzen. Und der denkt sich so, oh, scheiße. Oh, oder wie das nur verdient. Oh ja, jetzt vielleicht ein Evelyn-Gang. Ah, ja, weniger, glaube ich. Weißt du, wo der Heker ist? Ja, hier unten, bei uns. Immer noch? Ja, ja, ja. Weil er wird hier in dem Busch jetzt gebackboardet sein. Und dementsprechend demnächst wieder auf einem App sein. Keine Ahnung, ich rufe sie auf gar. Oh, ich glaube, mein Thresh ist gerade auf gar. Ah, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah, vielleicht ist das Scheiß, Alter. Ich habe... Ah, vielleicht ist das Greedy. Geile Nummer. Ah, schönes Ding. Ja, Botlane wirklich. Einfach. Einfach, einfach. Am playing against... Einfach, einfach, einfach. ...weng top. Der Wukong ist wütend, ja? Ja, ich glaube, der hat seine Banane heute nicht zum Mittaggut kommen. Oh, ich wäre hier fast zum Gegner reingerannt. Wäre echt scheiße. Das wäre echt richtig kacke, du. Mann, warum kriege ich eigentlich die ganzen Kills immer nicht? Einfach eine verschissene Legende. Ja, die Ari könnte runtermoven. Alles klar, Chef. Null. Der geht einfach back. Ja gut, hat gepasst. Oh. Aber du, ich bin richtig gefeadet, ne? Also, ich bin richtig stark jetzt auch. Oh ja, die Last hat dann wehgetan. Ich bin ein bisschen all of Mana gerade. Das ist natürlich ärgerlich. Was macht denn die? Oh, wir hätten das einfach hier fighten können. Ah, da kommt Hikarim natürlich zum schlechtesten Zeitpunkt immer möglich. No, 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 no. Wie stehst du so zu Weihnachtstracks? Magst du die oder eher weniger? Last Christmas ist einfach nur absolut Legenden-Song. Du bist aber auch dann nur zu Weihnachten, oder? Ne, auch im Sommer am Strandurlaub. Einfach einen Zuschauer, danke dir. Ja, die ist irgendwie ein bisschen Dauermiss. Ja, die war hier unten gerade, du. Ja, okay. So. Dezah! Oh! 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 Junge, Junge, da werde ich jetzt schon gerade wütend, ne? Wenn ich so hart fett bin und der Junge einfach nichts macht und anstatt da... Oh, Gott, kriege ich Krebs. Hm. Bye-bye. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah. Da, da, da. Ich dachte so auch schon, ob ich dachte, wo kommt das her? Da dring ich mich um, hockt die da vom Ofen, ey. Alter, das war wie so ein Horrorfilm, mit einer Gesumme gerade. Ich dachte mir so, wo kommt das her, ey? Nein. Ich bin nur erschrocken, sitzt da auf einmal so ein Mädel mit weißem Schrappi mit dem Ring, ey. Nein. Was soll das denn? Ach, ja. Ach, ja. Ja, denke ich mir auch. Ach, ja. Ach, ja. Ja, ich stehe. Ach, wir gewinnen einfach Borderlands, ist ja ein Zufall. Und wie eine Vollkatastrophe hier von Evelyn. Und wo hat er die? Ja, ja. Oh, scheiße. Hätte ich mir sogar noch fast snacken können. Nee, nicht schon wieder. wie ist denn momentan so ein schlaf rück ist ja so ne okay jetzt gut an jetzt so richtig fancy bild alter sonst kannst du auch einmal gute items bauen was hat der denn immer ja wie medulich denn das Das war's. Okay, ich kann nicht einen Kill haben. Ey. Ja, hol dir die Jenna. Ja, nee, da hast du wieder, da schläfst du dann wieder, ne? Komm, lass die holen. Lass knacken. Mann, ich bin so wütend. Oh, ich bin auch wütend. Heads Underwater. Was ist unter Wasser? Heads Underwater. Oh, das, okay. Ja, das ist klar. Gut, dann TP da, was? Oh, Brexinator, danke für den Zap. Junge, ja, Brexinator, danke dir. Mo Brexinator sogar. Oh, gute Nacht, Bauer, schläfst du schon. Ja, das ist so ein bisschen. Hä, das war, als ob das nicht verständlich war. Ich glaube, du hast einmal ein bisschen Schmalz in den Ohren gesammelt. Ja, das ist ein Kill. Hm. Also, ich bin schon saustark, aber... War auch nicht gerade schwach. So, alleine bin ich schon sehr verwundbar. Oh, bin tot. Oder? Jetzt gucken wir mal, was so ein ADC anrichten kann. Ja, ja, ja. Ja, oh, Starkthrash. Ja, doch. Ja, aber... Der ist halt aber auf 2-4 schon, oder 1-4 gewesen. Even Level. Boah, ich hab schon Bock auf ein Cookie Dough jetzt gleich. Du bist auch nur am Fressen, ne? Also, ganz schlimm. Ja, das ist wirklich schlimm. Ich würde auch gern weniger essen, weißt du, aber... Irgendwie muss ja... Ich mein... Also, mein Gehirn ist halt so eine krasse Maschine, die gefüttert werden muss. Und dann mein Körper noch. Also, da muss man halt quasi 2 Traktoren einfach am Laufen halten. Da brauchst du halt ein bisschen was an Benzin. Aber willst du dich eigentlich immer verpissen? Hä? Der war aber nicht drauf. Mein Gott. Jo, fand ich ultra geil, dass ich da reinlaufen soll. Danke. Oh, hab ich ihn überwommen. Genial. Mfksumk. Herrlich. Ach ja. Kutscher, ich bin seit 4 Uhr morgens wach, ne? Hey. Aber ich hab auch noch geschlafen, um 16 Uhr. Schon irgendwie ein weirder Flex, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Mein Schlafrhythmus ist halt echt ganz komisch, irgendwie gerade. Aber ich glaub, der regelt sich jetzt mit dem heutigen Tag wieder ein. Ja, das hoff ich zumindest nicht. Geil. Geil. Wirklich geil. Geil? Nee, eher geil. Geil? Maybe verdienen wir das Game hier noch, ne? So wie das gerade aussieht. Ja, der aufhört zu hinten nicht. Oh, was soll das denn jetzt? Ich weiß nicht, dass du Schlitzbiebel richtig am Runterrennen bist. Da bist du, da hast du einen rausgeholt aus der Trickkiste. Halt mal den Ball flach, Kollege. Ich hab auch nicht zwei Dashes mit meinem Champ und Item Build, ne? Also, halten sie sich mal zurück hier. Oh, ich glaub, ich sollte Gale vorspawn. Na, ist beides gut. Halt mal den Ball flach. Und, da ist es gut. Und, da ist es. Bist du, da ist es. Und, da ist es? Und, da ist es. klar ich habe zwei items mehr ja da ist jetzt ende geile nummer die beauty in der nerd geschichte ist geschichte marocs ja ich denke auch so war hier das schon gewohnt soll ich jetzt auch ja machen und dann lassen wir das schicksal entscheiden ja gar nicht mehr so lustig ja war doch schon irgendwie bap 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 oh scheiße oh gott das war ja nix ja komm mal ran auf den meter wirklich was hast du bist jetzt geleistet hier das spiel halben tag afk rumstehen in der mitte halben tag afk rumstehen in der mitte ich glaube das ist gar nicht mal so gut was ich mir gerade kaufe das ist schon besser ich glaube ich mache jetzt schaden ja wer wer besser kann ich die haben bitte die raptoren dann habe ich ein item sehr lieb von dir ich danke dir bis da hat nicht geklappt halt auch lecker was denn ok schade bitte was ja ein bisschen runter dann glaube ich ja das war jetzt so ein schneller abschluss für das game hier geil ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020